Dann gucken wir doch mal, ob das jetzt auch funktioniert. Dann kämen wir nämlich jetzt zum ersten Spiel und das ist Duru. A game about mole rats and depression. Wenn er das macht. Eine Demo. Das Spiel ist aber schon draußen. So, und er hat sich auch die Größe gemerkt. Ich bin begeistert. Was ist da los? Ich muss OBS was auch noch finden und dann bin ich super happy. Guck mal. So. Gucken wir mal, ob der Controller auch funktioniert. Nö. Gut. Schön, dass er leuchtet. Das interessiert das Spiel jetzt nicht so. Oder bin ich einfach nur nicht drin? Doch. Aber. Controller nö. Controller nö. Gucken wir mal. Wir sind natürlich nur ganz kurz taub. So. Windows muss eigentlich nicht sein. Es sollte eigentlich so gehen. Der Soundeffekt ist definitiv zu hoch. Warum ist die Musik denn aus? Ach guck mal, Musik ist da auch. Guck mal. Warum ist denn aus? Die definitiv runter. Guck mal, wie laut das Master Volume ist. Ey, krass. So. Kann er jetzt den Controller? Nö, leider nicht. Das Problem ist, dass ich da mit Tastatur spielen muss wahrscheinlich. Gucken wir mal, wie gut das läuft, ne? So, wir fangen an. So niedlich. Es ist so super cute. Okay. Dann schauen wir mal. Da haben wir schon unser Tutorial. Ich sehe auch, es ist noch nur AD oder links, rechts. Okay, dann ist es vielleicht auch aktuell in der Demo zumindest vielleicht noch keine Kontrollsteuerung. Und dann kann ich gerade nicht nachgucken. So, rein können wir da nicht. Ich glaube, man muss aber auch eigentlich nicht so viel machen in dem Game. Süß. Mit einer riesigen Rübe. Und einer riesigen anderen Rüben. Und Goldketten, weil man einen guten Rübenpreis hatte, wie in Animal Crossing. Was war mit F? F in den Chat? F. Aha, okay. Ich finde das offensichtlich. bemerkenswert. Während wir an die Wand gemalt haben, hat jemand anderes mit Töpfen jongliert. Was wir gut finden. Und deswegen sind wir Best Buddies. Das ist meine Interpretation. Hallo, Anke, meine Liebe. Können wir da reinlaufen? Ja, da können wir dran vorbeilaufen. Gut. Okay. Finden wir nicht so gut. Weil die Viecher essen unsere Rüben nach einer gewissen Zeit. Und dann sind alle unsere Rüben weg. Und wir sind hart pleite. Deswegen Rüben ganz klein. Wir sehr sad. Es tut mir leid, wenn alles falsch interpretiert wird. Wie können wir dann... Ah, okay. Ich hoffe, die Tastatur ist nicht so laut. Können wir da rein? Nee, wir können irgendwo rein. Ich will jetzt erst mal das Tutorial. So. F. F an was? Da? Ach, da oben. Okay. Da kommen wir... Wie kommen wir denn da hoch? Okay. Hopps. Hopps. Und dann öffnen wir. Geile Interpretation. Ja, ich hoffe. Guck mal, mein Bildschirm... Also mein Ding ist ein bisschen weiter nach rechts. Klar, Moment mal. Aber das zackt mir. Ich bin so ein bisschen... Hallo. So ein bisschen weit im Bild. So. Wollte nicht so viel von dem schönen Bild wegnehmen. Mit mir. Uch. So. Was haben wir da? Ist das ein... Ah ja, okay. Es ist ein Schalter. Hier geht es ein bisschen leise. Können lauter, ne? Ich meine, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob da... Vielleicht so. Weil es klingt halt echt schön. So. Man soll ja von der schönen Atmosphäre was mitkriegen. Das ist aber, wie gesagt, auch Essas Tutorial. Okay. Ein bemerkenswerter Dude auch. Aber der hat uns ausgelacht. Der ist nicht nett. Okay. Also den finden wir schon mal kacke. Der sieht auch... Also... Der trägt denn so eine Perlenkrawatte. Ist ja schon weird, ne? So. Direkt schnell durch. Wir können was aufheben. Dann haben wir das Steinchen bei uns. Und dann können wir das Steinchen wahrscheinlich auch ablegen, ne? So. Und dann kommen wir weiter. Okay. Ist auf jeden Fall ein Puzzle-Plattformer. Ähm, der noch seinen ganz besonderen Zeitkick bekommen wird, wie ihr sehen werdet. So. Boah, das kann ich mir nicht merken. Das sind einfach zu viele Sachen. So. Also. Also. Erstmal aufnehmen. Dann können wir... Okay. Okay. Also... Steuerung hiermit ist ein bisschen wonky. Aber wir haben es ja auch nicht eilig, glaube ich. So. Und das werfen wir wieder mit... F. Vielleicht lassen wir es mit F auch einfach wieder fallen. Sehr gut. Ähm. So. Ah, okay. Das hat nicht so gut geklappt. Aber das war schon besser, als es einfach wieder fallen zu lassen. Wie so ein Volldödel. So. Vielleicht da drauf, ne? Damit das da drunter fällt. Genau. So. Jetzt ist offen. Ähm. Warte. So. Ich bin ja nicht so der Tastaturmensch. Deswegen klackere ich hier voll rum. Weil ich da kein Gefühl für habe, wirklich. Was lernen wir da? Das ist ja auch nochmal... Nein. Ich bin da hoch. So. Hier ist eigentlich... Ah ja, okay. Hier lernen wir... Das war nach rechts und links. Näher und weiter. Das ist ja schön. Okay. Und jetzt werfen. Hui. Also kann schon mal besser werfen, als ich. Was wiederum es nicht so schwer ist. Werfen ist jetzt nicht unbedingt so mein Strong Suit bei den Bundesjugendspielen gewesen. Wiederum hatte ich auch keinen Strong Suit bei den Bundesjugendspielen. Weil Bundesjugendspiele sucken hart. Kein Mensch braucht das. Oh. 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 Nicht gut. Das sieht aber nicht so nett aus. Das habe ich aber verpennt, ne? Nein. Tod. Ich liebe jetzt der Tutorials, in dem man sterben kann. Richtig gut. Okay. Vielleicht kamen wir da auch einfach nicht weiter. Wir sind aufgewacht. Da kann eine Tastatur instant das Gift von Jim Carrey im Kopf. So. Ich weiß nicht, ob das unsere Family an der Wand ist. Wir sehen aus wie der Kleine. Vielleicht ist das noch so Papa, Mama... Papa, Mama, großer Bruder oder so. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das hinfühlt. Ich muss aber kurz das snacken. Mhm. Malen. Okay. Dann Essen? Fragezeichen. Nee. Die Raupen fressen sonst alles. Wir haben alles gefressen. Dann gab es ein großes Chaos. Und ganz kleine Rüben. Und jetzt bin ich mega stark. Und jetzt muss ich... Weil ich habe alle Rüben getragen. Aber ich bin jetzt aber sad, dass wir nicht essen gehen können. Du willst uns fehlen. Ähm. Ja. Aber machst du schon gut. Wenn man mir keinen Text gibt, läuft das halt so, ne? Okay. Ich weiß übrigens auch nicht, wie lange die Demo geht. Das sehen wir dann. Uhu. Lass mal telefonieren. Ähm. Hast du das mit den Raupen mitgekriegt? Die alle Rüben gefressen haben? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nichts von. Aber äh... Glaubst du schon? Ja, cool. Das schaffe ich bestimmt. Wenn du an mich glaubst, kann... Nicht schief gehen. Die entwickle ich dann nur so. Was ist mit der Frau? Okay. Er hat mich jetzt da rüber gebracht. Wir haben jetzt oben links... Äh, links... Oben links sechs Töpfchen. Ähm. Wir können mit Q und E können wir Steine wechseln und Rüben. Aha. Und mit X haben wir dann einen Stein. Ah, ne. Malen wir. Ah, wir malen uns einen Stein. Oh, das sind... Boah, das ist ja richtig krass. Wir malen uns die Dinge einfach. Oh, jetzt hab ich auch nur noch fünf Töpfchen. Ah, jetzt versteh ich. Hallo Marcel. Moinsen. Also, und genau das wurde uns hier gezeigt. Das haben wir selber rausgefunden. Denn wir brauchen gar kein Tutorial. Wir sind viel zu gut. Ähm, genau. Mit Q und E können wir durchgehen, was wir malen wollen. Und wir haben jetzt einen Stein gemalt. Wir nehmen den Stein jetzt mal mit. Und den müssen wir werfen. Und zwar... Äh... Äh... Reicht das so? Äh... Und jetzt, äh, F, ne? Entschuldigung, das hat volle Kanne getroffen. Ich glaube, du hast das Töpfchen im Tutorial erfolgreich übersprungen. Ich hatte da vor Ort ein Tutorial gehabt für. Ne, das war jetzt hier wahrscheinlich. Ähm, warum hat das das nicht gemacht? Ist das schon offen vielleicht? Ist das gerade auch keine Musik, mit der ich euch irgendwie unterhalten könnte? Äh... Oh, das ist... Oh. Ja, ich will es nämlich auch von der anderen Seite werfen. Aber da hat das nicht reagiert. Jetzt ist natürlich die Frage... Habe ich das falsch gemacht? Soll ich das besser machen? So. Aber das nimmt der irgendwie auch nicht so, ne? Das hatten die vor Ort auch. Die Unity Collider funktionieren wohl noch nicht, wie sie sollen. Ah, okay. Stimmt, du warst ja auch da. Ich vergesse das immer. Entschuldigung. Und der Martin war ja auch da vor Ort. Sorry. Wow, back at us, ey. Das ging aber fast ins Auge, würde ich mal sagen. Muss das denn noch aufgemacht werden? Bestimmt, ne? Das wäre ja sonst nicht da, ne? Aha! Easy. Easy peasy. Brauchen wir den noch? Weiß ich noch nicht. Kommen wir da hoch? Rollen wir da hoch? Äh, 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 äh. Aber jetzt, naja, ich will darüber. So. Okay. Was brauchen wir? Aber wahrscheinlich einen großen Stein. Um. Äh, kann man den schieben? Ja, gut. Äh, da müssen wir wahrscheinlich noch was gegenwerfen. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Ähm, und. Aber der, boah, der braucht voll viel Farbe, der Stein. Da habe ich den Stein von unten nicht mehr. Nina zielt direkt drauf. Auch Nina zielt daneben, weil sie die physikalische Flugbahn errechnet. Ja. Oh. Ich habe vergessen, dass das die falsche Tasse war und der Tee noch extrem heiß. Kurz abkühl mit dem fast leeren, sehr kalten Tee. Hm. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Da habe ich die physikalische Hitze nicht so gut berechnet, würde ich sagen. So. Ich weiß nicht, wofür die Rüben gut sind bisher. Aber das wird man uns bestimmt noch sagen. Ich bin leider super langsam damit, weil ich mit Tassatur, ich kann mir nichts merken. Ähm. Ich bin froh, dass es überhaupt klappt. Muss das eigentlich ein Pfeil zeigen, damit das funktioniert? Wahrscheinlich, ne? Ne, doch nicht. Haha. Wieder rausgefunden. Tutorials. Wer braucht schon Tutorials? Ähm. So. Du kannst die Steine wieder in Töpfchen machen. Oh. Frag mich aber nicht mehr nach der Taste. Was solltest du machen, weil man sonst schnell keine Töpfchen mehr hat? Ja, das macht Sinn. Woher komme ich denn jetzt da hoch? Ähm. So. Äh. Oh, da weiß ich aber. Ach. Ah, okay. Äh, nein. So. Äh. I guess. Dies? Ja. Guck mal. So. Ähm. Jetzt mach ich noch eine, ne? Ja, scheiße. Jetzt hab ich keine Töpfchen mehr. Die hebe ich jetzt wieder wie auf? Das ist, ähm. Ähm. Habe kein. Bei mir war da übrigens Musik. Äh. Läuft gut. Guck mal, ob der in den Settings wieder was anderes ist. Eigentlich nicht. Nö. Ja, nun. Es ist auch nur eine Demo. Äh. Das volle Spiel funktioniert bestimmt schon wesentlich besser. Gehen wir davon aus. Ähm. Es ist nur das Problem. Wieso macht man ja was? So, so, so malt man ja was. Steht auch auf dem Schild da links, aber das wäre bestimmt so einfach. Ja, nee. Auf dem Ding ist man, wird dann gesagt, wie man was malt, aber nicht wie man wieder was auflöst. Dass ich die Lachen erst mal kurz zerliegen. Vielleicht werden wir noch schlauer gemacht. Nö. Vielleicht erfahren wir das erst noch. Wir können es nicht mehr malen. Das ist jetzt vorbei, ne? Das ist jetzt abgefahren. Äh, ich weiß nicht, was gibt es noch so für Tasten? Lustige Tasten. Was gibt es noch so? Ne, da ist man noch fallen wieder. Jetzt hör auf. Äh, S? Nein. Nein, da geht man nur da durch, ne? Ich finde diese Taste nicht. Vielleicht gibt es die Taste auch gar nicht und Martin schwindelt uns an. Sieht aber auch nicht so nett aus irgendwie. Ich fühle mich beobachtet und ein bisschen. Das war ein Checkpoint. Okay. Der Checkpoint hat uns gerettet. Wir sind sehr müde. Sind wir noch stark? Das war gerade basically, können wir das schaffen? Das war nur so, nur so ein bisschen. Äh, hey. Da sagt unser großer FDP-Bruder zu uns, du hast ja kaum Rüben gesammelt. Und dann sind wir sehr traurig, weil er recht hat. Weil wir im kapitalistischen, äh, Mullbau nicht gut zurechtkommen. Und da ist sie, unsere Depression. Unser fehlender Selbstwert. Der uns jetzt mal wieder voll am Arsch klebt. Ich kenne das Gefühl. Du kriegst es nicht los. Kannst du ignorieren, wenn du willst. Manchmal größer, manchmal schneller, manchmal kleiner. Who knows? So. Den großen Stein brauchen wir. Den machen wir mit X. Ähm, schieben wir. Schön, das... Nein, ich wollte keinen Wall Jump. Du kannst ja wohl springen, ja? Danke. Das ist... Irgendwas, was bimmelt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Checkpoint war oder nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie einer. So, ja, wir können das schieben. Das wissen wir eigentlich schon. Sonst wären wir nämlich nirgendwo hingekommen. Das sieht... Oh! Okay, das tut uns weh. Wir können uns nicht so weit von unserer Depression entfernen. Oh, 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 oh. Okay. Das macht uns mental definitiv Probleme. Das heißt, unsere Depression ist auch ein kleiner fucking Feigling. Und kann nicht mal runterspringen. Gut. Kein Problem. Wir malen dir etwas. Geht doch. Jetzt komm. Da kannst du ja wo runterspringen, du. Also. So. Aber wir wollen nicht nochmal was ausgeben. Das heißt, wir nehmen den mit. Können wir auch mal helfen, ne? Na ja. So. Das sollte ja reichen. Das schaffst du, ne? Gut. Leo, mein. Direkt richtig hasse auf das Vieh. Ähm, okay. Mhm. Mhm. Kannst du einfach da stehenbleiben und ich hole dich irgendwann wieder ab. So in 30 Jahren oder so. Nee. War ja auch nur eine Idee. Musik wäre jetzt cool. Das ist gerade ein bisschen buggy, glaube ich. So. Ähm. Ich brauche nur einen kleineren Stein. Der reicht. Der hätte auch da liegen bleiben können. Nütz. Ey, hör mal. Kannst du das mal sein lassen? Alter. Was willst du von mir? Da wäre jemand Stress. Okay, cool. Gar kein Problem. Dann machen wir einen großen Stein. Oder... Oh, was macht denn eigentlich die Rübe? Das interessiert mich jetzt mal. Ablenken. Hatte ich irgendetwas... Nettete Person. Klickt den Stein einfach runter. Ja, genau. So. Ähm. Muss ich den länger ablenken, einfach nur? Wäre ich direkt ein bisschen, äh... Ungehalten hier. Kriegst und stirb, ey. Nein, jetzt wartet er wieder. So schnell bin ich nicht. Der ist aber zu schnell und ich kann das nicht so schnell aufheben. Guck mal, wie langsam ich bin. Oh, ey, meine. Also ich weiß keine andere Möglichkeit, außer den abzulenken. Ich kann einen großen Stein nehmen, aber... Ich will einen großen Stein. Kannst du mich mal. Schieb den doch mal weg. So, viel Spaß. Arsch. Ich fand meinen ersten Ansatz auch besser. Oh, aua, das hat weh. Upsi. Uäh. Hää. Ja, wir sind sehr gut. Ähm. Hää. So. Easy. Wir sind nur zweimal gestorben. So, das muss auch aufgemacht werden. Mit. Nimm. Stein. Der da hinten liegt. Haben wir gut gemacht. So. Den werfen wir. Ich lerne ja, ne? Bin ja sehr lernfähig. Das reicht nicht. Da unten noch. Warum kann ich das nicht so anmachen? Nein. Aber so kannst du gar nicht gucken, ob der Bug auch bei dir ist. Das weiß ich doch nicht. Ähm. Aber gleich nicht mehr genug. Deine. Ich hab denn jetzt... Wo ist denn der... Also mit F meine ich? Was kann ich mit F? Jetzt komm ich da so nicht mehr hoch, ne? Aber ich hab doch gleich nicht genug, äh, äh, Material. Jetzt komm ich ja nie wieder hier hoch. War schön mit euch. Ähm. Oh, ich kann das nicht, ne? Ah. Ja, so. Komm. Klöp. Ja, nun. Also mein Stein schwebt jetzt in der Luft. Ich konnte jetzt doch mit F drücken. Wir kommen nun nie wieder hier hoch, ne? Ist klar. Hm. Ja, doch. Okay. So. Super Stein. Ähm. Schwebestein. Ähm. Ja, das war sehr gut. Ich sag ja, ich bin mit Tastatur richtig, richtig der Profi. Was für dich viel zu witzig. Mein Moin, sehr unterhaltsam. Ich geb mir Mühe. Und danke nochmal für den Follow. Moin. Wenn ich eins kann, dann Fehler finden in Games. Ey. Ohne Scheiß. Jetzt brauche ich aber... Auch einen großen Stein. Das heißt, ich muss einmal... Ich lass den mal hier liegen. Hier. So. Na ja, komm halt nach. Also. Ich muss mal kurz. Auffüllen. Ey, füllt gar nicht mehr auf. Doch. Gott sei Dank. Das hast du nicht ernsthaft gemacht. Oh, Alter. Okay. Okay, kein Problem. Ich hab ja die Geduld, ne? Ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe selbst Erfahrungen mit meiner eigenen Depression, um zu wissen, dass man nichts ausrasten sollte. Allerdings ist meine Depression nicht so. Äh, so. So, halt, ne? Sondern anders so. Ähm. So. Immerhin kann er damit nichts machen. Oh, ist wubbelst schön. Du, 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 du. Hui. Ah, schön. Wie meine Kappe vorhin. Äh, da muss ich noch was hochwerfen. Sehe ich. Dann machen wir das mal. Ähm. Malen. Nicht malen. Wir haben nämlich nichts mehr. Das ist aber ungünstig. Haben wir nicht noch einen Stein hier übrig gehabt? Der ist, die spawnt, ne? Das ist, ähm. Am Ende springen die noch das Vieh ran. Ja, okay, vielleicht mache ich das dann erst mal auf. Aber geht ja nicht mehr, ne? Ich kriege das dann nicht wieder in Farbe umgewandelt. Wir wissen nämlich nicht wie. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden. Ähm. Ja, du mich auch. Versuch mal X, wenn du bei etwas bist, das du schon gezeichnet hast. Bitte. Ne, der macht dann nichts. Wie du siehst. Ich meine, gut, das sagt jetzt nichts, weil das ganze Ding auch gerade wubbelt. Hm. Muss ich das doch mal machen. Ich bin, ähm. Ich möchte euch natürlich nur zeigen, wie man die Demo nicht spielt. Ja, äh. Damit man, man sieht ja immer auch in diesen amerikanischen Werbungen, wenn so Sachen verkauft werden sollen. Diese Dauerwerbesendung, so XY Amerikaner macht in schwarz-weiß den Küchenschrank auf und 3000 Tupperdosen aus den letzten vier Jahrhunderten erschlagen ihn. Und man denkt sich, oh mein Gott, ist der dumm. Der hat das voll schlecht gelagert. Und das mache ich ja basically für euch, wenn wir so Demos spielen. Ich zeige euch halt, ne, ich zeige euch so extra schlechtes Gameplay, damit ihr euch denkt, oh mein Gott, ist die dumm. Also ich bin ja so viel besser. Ne, das ist natürlich alles Absicht. Alles Absicht. Aber wie soll ich? Das Lustige ist, dass in T.U.T.K. Die Sache, wenn ich irgendwas bauen muss und es klappt nicht, macht mich immer noch wahnsinniger als das hier. Kannst du eine Riebe auf den Stein legen, damit das Vieh sich draufstellt? Ah, aber kommt es dann noch durch, wenn es selber runterläuft? So funktionieren auch die ganzen Werbeclips auf Facebook und YouTube. Ja, diese ganzen scheiß Apps und so. So, ich wette, du kannst das nicht. Und dann soll umgekehrte Psychologie zeigen. Doch, doch. Ich bin so viel schlauer. Das geht dann zwar, aber kann das Vieh? Ich dachte, das Vieh kommt dann nicht mehr da durch. Ach, ich hätte ja einen Schalter. Ja, da seht ihr, hätte ich euch nicht, würde ich leider komplett versagen. Ich male ein Stein. So. Und ich werfe ein Stein. So. Nice. Und jetzt muss ich wieder einen malen. Also die Idee ist richtig cool. Gefällt mir. Ich nehme den Stein aber mit, man weiß ja nie, ne? Ich sage mir nicht, du kommst... Oh Gott im Himmel. Bei aller Liebe, ne? Kommst du da jetzt runter? Danke. Gehst du bitte weg. Du bist schwer. Die ganze Shop 24 oder wie die heißen, alle sind eh... Hä, finde ich. Genau wie heute die Werbung nur noch. Ja, ist so. Ich bin auf den Balljump zu machen. Ich meine, die sind zwar cool, aber nicht immer nötig. Wie mit unserem kleinen Steinchen. Der die Augen zuknüpft, wenn der was werfen soll. Ja, ist voll niedlich. Also ich mochte das damals schon. Ich wollte es auch ewig... Seit einem Jahr wollte ich die Demo schon spielen. So schlimm. Man kommt zu nix, ne? Hm. Und der Stein ist weg. Man hat uns so einen Stein weggenommen. Hector, no! Checkpoint, über den komme ich aber nur mit Stein. Boah, ich fände das richtig neu ist, weil wir Musik hätten. Das wäre irgendwie cooler. Da. Ne. Als er sagt, dass wir irgendwas... Leider. Vorhin war da noch Musik. Das ist ein bisschen schade. Naja. Kann man nix machen. Da komme ich so nicht hoch, ne? Nein. Hm. Da komme ich aber auch allgemein schlecht hoch. Was ist denn, wenn wir hier drüber springen? Ähm. Ähm, warte. Äh, äh. Tasten. Er hat Tasten erfunden, ne? Das Spiel berechnet einfach nicht, äh, ein, wenn Leute im Tutorial sterben. Hohohohohohoho. Komm dann mal hier rüber, du. Ja! Der ist gestorben. Hast du Children of Silent Town gespielt? Aber natürlich, es war das erste Spiel, für das ich mitverantwortlich war. Bei, äh, Daedalic. Das habe ich... ...viermal gespielt. Ach, das resettet auch alles, ne? Okay. Ja, weiterkommen wir damit jetzt nicht. Aber dann nicht... Naja, man kann dran vorbeiläufen, aber man stirbt halt eigentlich. Weil, guck mal. Eigentlich stirbt man. So, also, und dran vorbeilaufen ist eigentlich nicht. Man spawnt dann wieder vorne. Ähm. So, dann machen wir mal hier den Stein. Ja, schön, dass du vorgehst. Finde ich sehr gut. Was soll ich denn hier oben? Schönes. Ganzhaft? Ja, ihr wollt ja auch meinen. So, das ist schon mal aktivieren. Cool, ich möchte mir das auch irgendwann holen. Ich habe die Demo gesehen, fand das unglaublich cool. Ich kann es auch wirklich sehr empfehlen. Es hat eine wunderbare Musik und einen ganz coolen Tim Burton-esken Stil. Und, ähm, ich habe es wie gesagt viermal gespielt und ich mag es immer noch. Das kann man nicht bei allen Spielen überhaupten, ne? Äh, vor allem bei Adventure Games. Das ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Und ich glaube, es würde dir sehr gefallen. Und wenn du mal nicht weiterkommst, ich bin hier. Achso, okay. So, das öffnet da oben. Finden wir hier irgendwie was? Nein. Ähm. Wenn ich, jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich hier einen Stein hinmale. So, und ich male hier jetzt noch. So. Kommst du hoch? Du kommst da gar nicht hoch und fängst an zu heulen, ne? Noch hat er mich vergessen. Ach, er spawnt nach. Achso, oh, ich sterbe die ganze Zeit. Ich merke es noch nicht. Cool. So, noch eine Kartoffel gefunden. Sehr gut. Liebe solche Spiele. Die Grafik ist ja was anderes. Ja, total, ne? Werden wir das? Geht's dir gut, Depression? Ja, 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 okay. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du was brauchst, ne? Angebot nehme ich gerne an, wenn ich nicht weiter weiß. Immer gerne. Natürlich gibt's mittlerweile auch Walkthroughs online oder so, ne? Das ist nichts in der Sache. Hehehehe. Pst. Meckern dürfen hier nur devs. Also, du bist dev, aber du bist nicht von dem Spiel dev, oder? Äh. 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 Ich kann das. Ich... Ich... für sowas keine... Help. Äh. Äh. So. Äh. So. Äh. Wir sehen's nicht, aber es funktioniert. Warum denn Walkthroughs nutzen, wenn man einen Profi an der Hand hat? So nämlich. Endlich versteht's mal wer. Da muss ich jetzt auch schon wieder aufmachen. Sehr anstrengend. Wo ist mein Steinchen? Hallo? Stein? Oh, ich hab wieder unendlich Munition. Okay. X. F. Zielen. Das sollte ja so reichen, oder? He. Komm's jetzt? Ich glaube, meine Depression hat sich ein bisschen festgebuddelt. Ähm. Aber immerhin beschwert sie sich auch nicht. Das muss man im echten Leben halt auch nutzen. Wenn die Depression grad irgendwie abgelenkt ist, einfach schnell machen. Ähm. Die meldet sich schon früh genug wieder zurück. Das ist eigentlich sehr realistisch. Nee, aber das habe ich auch mit hinbekommen. Die waren nicht begeistert davon. Ja, dann sollte es halt besser funktionieren. So ist das mit Bugs halt. Sie sind lustig. Für uns sind sie lustig. Sie schnüffelt ein Blümchen. Ja. Ist so. Aua. Ah, guck mal. Scheiße, da ist er wieder. Hier. Scheiße, da ist er wieder. Hier. It's broken. It's broken. Okay, das ist schlecht, weil wir brauchen die gleich. Ach, das geht wieder zurück. Oh, das ist nicht gut. Äh, Dicki. Entschuldigung. Ich bräuchte dich jetzt mal. Komm, Futter. Jawohl. Das geht bei dem Meerschweinchen genauso. Oh Gott, dieses Gesicht. Vor allem vier. Nein. Aber da drüben. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht. Du spielst jetzt die Depressionen-Statue. Das ist gar nicht so einfach. Äh. Muss ich gerade mal überlegen. Hier. Ja gut, das ging. Ich hoffe zu heulen. Komm einfach nach. So. Da komme ich sowieso nicht hoch. Oh, Upsi. Da war Ende. Upsi. Äh. Okay. Jetzt. Kann ich da hochwerfen? Ähm. Schauen wir mal. Zzzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzz. 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 Äh. So. Oh, das ist. Hoch, runter, rechts, links. Macht halt in dieser. Geht's hier gut, Depression? Auch schön. Äh, äh, äh. Nee. Kann ich nicht werfen. Hm. Ähm. Kann ich jetzt nicht malen, weil ich das Ding in der Hand habe. Okay. Nein. Oh, das ist der Ding los. Hast du mal gespielt, Peon? Ist das kaputt? Soll das so? Das soll bestimmen. Soll nicht so. Ui. Einfach weiterschieben. Geht gut. Ähm. Aua. Mann. Ich hab das kaputt. Ich glaub nicht, dass ich da hochkomme, wenn ich das da... Nee. Nochmal neu. Ähm. Kann ich mir bei einer Depression werfen? Geht das? Hm. Äh. Ja. Gut, dass wir mit so schwierigen Sachen anfangen. Nein. Äh. Geht doch hoch. Das war aber sehr knappig. Ja, hör auf zu heulen. Ähm. Club. Bleibt das an? Nein. Nein. Ah. Easy. Ja, komm mal nach. Oder lass es halt. Hä? Äh. Hallo, Harry. Boah, wie fies ist es einfach andere mit der Depressionen abwärmt. Ja, die stickt ja nicht. Aber letztendlich wirft man ja Leute zwischendurch mit der Depression ab, weil man einfach irgendwie so outleashing ist. Und dann kriegen Leute das ab, irgendwie, würde ich sagen. Hm. Okay. Easy? Too easy. Mhm. Nur eine Hälfte. Da unten der Tod? Nein. Äh. Ja, ich kann nicht so schnell. Komm halt runter. Komm. Geht doch. So. Boah, da komme ich aber nicht schnell genug hoch. Uff. Ja, zu einem gewissen Grad stickt es schon. Ach. Boah, aber wenn du jetzt jedes Mal... Was sticken würde, wenn dich jemand irgendwie nur ein bisschen anfaucht oder so, wäre ein bisschen zu viel gesagt, würde ich sagen. Man kann natürlich seine Depressionen oder seine Probleme auf andere abladen und die auch beladen, die Leute, ne, dass es denen auch schlecht geht. Ne, deswegen auch in diesem Stream, wie in vielen anderen Streams gilt auch, ähm, kein, wie nennt sich das? Ähm. Kein, 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 ach Gott, das hat einen Namen. Ne, aber hier nicht zu sehr Ballast, äh, abzuladen im Stream und so. Man ist halt auch kein Psychologe, ne, alles in einem Rahmen, muss ich das, äh, verhalten. So. Wenn ich jetzt nur einen kleinen nehme. Problem Dumping? Nein, ich komme da nicht auf das Wort. Helf dir mal. So, guck mal. Da kommt ja gar nicht... Äh. Äh. Guck mal, du gehst gar nicht runter und machst das weg, weil du zu viel Schiss hast, weil das so tief ist. Ja. Was macht das? Was macht das? Was macht das? Oh je. Wie soll das hingehen? Okay. Ähm. Da muss man schnell agieren, da bin ich nicht so gut drin. Ah, vielleicht sollte ich das auch erstmal, ne? Ja, ja. Ähm. Er ist viel zu schnell am Fressen. Oh, ey, wie soll ich denn? Ich kann aber auch einen großen machen, oder? Dann kommt er wieder nicht hoch, ne? Aber vielleicht, wenn die alle einmal betätigt worden sind. Ähm. So, das bleibt jetzt da. Ja? Das bleibt da. Das kannst du nicht verschieben, du bist nämlich zu schwach. Haha. Ähm. So. Nomnom. Ist das gefährlich? Hallo? Ist das? Hä? Ach, das reicht. Ja, warum ist der das denn nicht? Okay, aber auf jeden Fall müssen drei Sachen liegen bleiben. Das ist nicht so gut. Warum isst du das denn nicht? Was macht das da oben? Macht das nur auf? Hm. Hm. Hier isst du das schon, oder? Auch nicht. Okay. Okay. Gut. Gut. Dann ist halt nichts. Mach halt. Komm's nicht runter. Äh. Komm's aber. Das ist doch alles kacke. Ähm. Wie soll das funktionieren? Hä? Ist mal gut, wenn man fürs Tutorial schon wieder zu dumm ist, ne? Hm. Ich spiel's gerade so viel mehr Buggy als auf dem Indie-Game-Fest. Oh nein. Ja gut, das ist jetzt aber auch halt die Demo, die auf Steam ist. Das Spiel ist schon draußen, aber ich habe jetzt kein Geld mal eben für das Spiel, ne? Ähm. Was müsste denn passieren? Hm. Ich bin auch richtig verwirrt gerade. Wie kostet denn ein kleiner Stein? Ein. Aber den kickt er ja weg, ne? Weil du ein Stück Scheiße bist. Genau. Richtig. Hm. Keine Musik da ist. Ist ein bisschen belastend einfach. Mich macht das fällig. Ähm. Martin, hilf mir mal. Weil. Hm. Normal sollst du den da oben raufschicken, den Stein wieder wegmachen. Ah, okay. Okay. Ja gut, aber das könnte ja klappen. Warte. Das haben wir ja noch nicht probiert. Das haben wir doch auch noch gar nicht probiert. So, kommt er mit? Ja. Gut. Aber den Stein wegmachen ist ja, äh, nicht so easy, ne? Ja. Ja, 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 ja. Das ist nicht so. Vielleicht muss ich da schneller sein. Aber man kann ich ja auch nicht mehr. Okay. Ja, ja. Komm hoch. für, um den wieder in Töpfchen zu machen. Ich weiß nur, die Tasse nicht mehr. Ich bin alle Tassen durchgegangen. Keine Ahnung. Und im Total stand leider nichts. Bin ich schnell genug? Oh, ey, es regt mich auf. Ich kann halt richtig schlecht mit Tastatur spielen. Nur ist hier so Sachen, die schnell gehen müssen. Ach, jetzt kommt er nicht mehr drauf. Sich verarschen. Gott, ey. Komm. Runter kommt er halt immer. Was soll ich machen? Ich kann das nicht. Ja, mein... Ja, genau. Aber ich kann es halt nicht ändern. Ich kann ja nicht so schnell schieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er kommt halt trotzdem wieder mit runter. Ich habe voll keine Möglichkeit, das zu machen gerade. Hm. Ich würde da schon ganz gerne durchspielen, die Demo. Ich finde mich sonst ein bisschen dumm. Aber ich wüsste nicht wie. Keine Taste, die das wieder löscht. Doch, der muss direkt auf der Kante der Plattform stehen. Hä? Da bewegt er sich nicht, wenn du runter gehst, weil er noch nah genug dran ist. Meinst du von der mittleren Plattform? Komm her, Digi. Leck mich doch, ey. Boah, ich hasse alles. Er kommt halt sofort wieder runter. Ich wüsste halt nicht. Wie? Na, ich da dran stehen soll. Oh. Dinge, die mich aggressiv machen. Ich wüsste jetzt halt einfach nicht, wo. Ich, das steht. Wo soll das denn sein? Wie? Wie? Ich habe keine Taste, mit der ich das löschen kann. Das total hat mir auch nichts gezeigt. Hm. Ich finde gerade auch die Steuerung nicht. Ja, da kann ich ja mal nachgucken. Vielleicht steht ja irgendwie was. Die Stadt Level muss jetzt auch nicht, weil ich nicht weiß. Ich habe halt keine Steuerung. Nein. Oh Gott. Nein. Nein. So. Ähm. Ach, Safe Point? Er ist schon hier, ne? Ich meine es nicht. Komm hoch und bleib da, du mega Kackvieh. Bleib da. Das ist ein neuer Name. Er heißt Bleib da. Oh, klebt mir am Arsch. Wie so ein Verrunkel, ne? Es ist ja die Pest. Kann ich das wirklich nicht wieder auflösen? Oh. Ist das neu? Wusste nicht, dass das geht. Das neu. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ändert Dinge. Da kann ich nicht drüber. Oh, ich kriege sie. Hör auf zu heulen. Ähm. Sorry, ich muss gerade viel nachdenken. Komm hoch. Ja, ja. Ich glaube, AI's werden uns noch nicht so schnell, äh, die Welt streitig machen. Komm. 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 Ich kann so nicht arbeiten. Komm. Gott. Ich habe mit meinem Tee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Bei mir hat sich der, gerade, der Dokomi-Freitag vom Cosplayer entschieden. Oh, was wird's? Hör auf zu heulen. Komm doch einfach mit, du Assi. Ähm. Jetzt kommt der gar nicht mehr mit hoch. Ich kriege so viel. Warum? Und ich höre auch nicht mehr auf, man den Kopf zu halten. Okay. Ich höre es gar nicht mehr auf in den Kopf. Ich glaube, die Demos ist etwas buggy. Das Spielprinzip ist aber mega cool. Ich mag das richtig gern. Aber, ich glaube. Frage, wo das Level anfängt, ne? Das ist das ganze Anfang von allem. Ja, nee. Haben wir jetzt alle schon gemacht. So. Das wäre aber ein erster Einblick für Duo gewesen. Leider hat das jetzt nicht so geklappt alles. Ähm. Aber es ist ein richtig tolles Spiel, was man auf jeden Fall mal auschecken sollte. Was, wie Martin schon sagt, nicht mehr so buggy ist wie die Demo, leider. Ich meine, ab einem gewissen Punkt arbeitest du natürlich auch nicht mehr an der Demo. Aber ich konnte das Spiel jetzt auch nicht mehr eben so holen. Cosplay prompt um Karneval-Outfit mit Kappe und einer ultrasüßen Sydney. Äh. Ich habe ja auch immer noch das Karneval-Outfit. Was Leute mal mit mir cosplayen wollten und dann nicht gemacht haben. Deswegen war ich der einzige Trottel mit den Sachen. Äh. So hast du mich wenigstens kennengelernt. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es hier und da noch etwas wubbelig ist. Schade, was ich gespielt habe, war besser. War wahrscheinlich auch ein ganz anderer Bild, ne? Aber den habe ich ja jetzt leider nicht. Aber wir haben trotzdem einen super Einblick bekommen in Doro. Okay. Also. So. So. Vielen Dank.